Mitarbeiter in einem Forschungsprojekt, irgendwie zu theoretisch und praxisfern. Aber dann kam dieses Projekt. Moin Nick, ich hab da was für dich. Ich hab da was für dich. Für mich war das Projekt persönlich besonders interessant, denn ich promoviere genau in dem Bereich und konnte durch das Projekt meine Promotionsidee praxisnah weiterentwickeln. Und nicht nur das, mit diesem und anderen Projekten konnten wir ein geeignetes Leistungsangebot entwickelnden Unternehmen in Zukunft beim Thema Nachhaltigkeit zu begleiten. Die Ergebnisse des Projekts konnten wir direkt in die Praxis umsetzen. Wir wissen jetzt den genauen CO2 Fußabdruck unseres Produktes und wissen auch wie wir diesen effizient verbessern können. Ich würde sagen, das Projekt war ein voller Erfolg. Das ist ein eleviges Lebensstil.